Die Konzentration eines Hausrates, du siehst, es sind Tassen, es ist Geschirr, es sind Teller, die zusammenschmelzen zu einer Wolke, die sich auflöst. Das heißt, alles, was dieser Hausrat in sich birgt, an Leben, das erlebt eine Umwandlung, eine Metamorphose, es wird leicht, es wird weich, es löst sich auf und kann fast davon fliegen.